hallo leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von kraft attack 7 oder 8 oder 9 wer weiß das schon welches kraftwerk ist es schreibt es in die kommentare ich weiß gerade wirklich nicht das kraftwerk 8 das gerade läuft ich glaube schon oder wer weiß ich nicht ob wir sind nur ein joke so also wir sind hier wieder zurück wir haben hier unten schon eine kleine farbpalette das ist die farbpalette die ich ungefähr für dieses gebäude vorgesehen habe wie das ganze dann im endeffekt aussehen wird weiß ich jetzt noch nicht ganz genau wir schauen mal wir schauen mal es gibt wirklich viel zu tun es gibt wirklich sehr viel zu tun und ich glaube ich fange erst mal hier mit diesen kleinen zwischenschritten an so dass ich hier die teile drei hoch mache und dass man dann darauf stehen kann und wir haben heute upsala wir haben wie gesagt eine riesige riesige ladung an zeug das wir erledigen müssen bevor wir hier unser unser bauwerk mal ansatzweise fertig nennen können und mit bauwerk meine ich die ganze plattform wir müssen das hauptgebäude hochziehen bei dem ich noch nicht ganz genau weiß wie es ungefähr aussehen soll wir haben noch weitere gebäude auch da muss ich gucken wie die ungefähr aussehen sollen die nuss ist in meinem lager system er wird halt einsortiert was macht ziel ist in meinem lager hat er spaß ich glaube schon und weg naja auf jeden fall haben wir hier viel zu tun ich versuche so schnell es geht das hauptgebäude hier fertig zu machen denn es ist so viel los gerade gamers der matten art projekt gestartet das mache ich auf twitch wir haben klimtopia das möchte ich natürlich auch nicht vernachlässigen ist natürlich ganz ganz klar und wir haben noch andere projekte wie klim city das habt ihr hier auf youtube noch gar nicht gesehen das ist ein subserver der läuft schon seit mehreren wochen seit dezember seit fast einem halben jahr und 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 da kommt auch neuer content also ist es viel 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 was hier los ist das zinnüsel und ich werde jetzt erstmal hingehen und hier die seitenteile bauen und euch dann gleich mal zeigen alter engine debris und euch gleich dann zeigen er will vielleicht ein screen guck hier und euch gleich und euch gleich dann zeigen was wir hier schon gemacht haben und mit welchem teil wir anfangen weil im prinzip haben wir so ein riesen ding mit vielen kleinen einzelteilen also let's go okay es ist zeit für ein bisschen real talk nicht aus dem max nomic aber es ist zeit für ein bisschen real talk zum gesamten projekt kraft track und zu meinem turm und generell so zu allem ich muss tatsächlich sagen der tor macht mir ein bisschen kopfschmerzen ich bin am rumprobieren ich habe mehrere sachen jetzt ausprobiert aber mir fällt nicht ein also die die optik so von also die geometrie finde ich ganz geil die sieht ganz gut aus aber die farbpalette und wie ich das hier bauen soll ist es finde ich schon zu krass die leute die hier schon länger zuschauen die haben das mit sicherheit auch bemerkt also auch hier unten ist mir das teilweise schon schwer gefallen und auch dieser gang hier fällt mir schwer sind es wäre schon längst da auch mit den pipes bin ich nicht zu 100 prozent zufrieden hier mag ich die optik jetzt mittlerweile mit diesem überwucherten und so das gefällt mir mittlerweile sogar ganz gut aber so grundsätzlich muss ich sagen ist dieser prozess hier drauf zu kommen mir extrem schwer gefallen hier unten die ecke finde ich sieht mittlerweile auch ganz geil aus weil es halt so überwuchert ist um es kurz zu machen es ist nicht mein style in dem ich hier baue und immer wenn man sagt hey ich gehe jetzt mal ja über die comfort zone hinaus und baue was aber ich mache etwas was nicht meinem style entspricht dann kann das gut positiv oder schlecht negativ enden und hier hat es noch nicht geendet kraftwerk ist ja noch nicht vorbei und ich werde auch nicht aufgeben aber ich brauche jetzt auch hilfe ich komme ich komme einfach allein nicht mehr klar es ist halt einfach es sind so viele styles vermixt und wir haben hier es gibt teile die mich stören hier haben wir den stone und wir haben hier black stone und unten drunter haben wir nirgendwo hier die bricks verbaut und außen dran bauen wir jetzt noch mit quarzen noch eine neue ressource die wir mit rein nehmen und ich weiß nicht ob es am ende stimmt wäre das ganze hier ein mittelalter ding wäre das ein riesen schloss was ich hier drauf setze gar kein problem das könnte ich bauen damit kenne ich mich aus das krieg ich hin wäre das terraforming könnte ich das machen gar kein problem wäre das ein riesen baum gar kein problem alles chillig weil ich das kann weil ich es schon mal gemacht hat die kuppel kein problem ich habe schon mal eine kuppel bekommen ich weiß wie das aussehen soll und auch im letzten kraft tag habe ich mich so ein bisschen ausprobiert aber ich hatte einmal die kuppel und einmal nicht viel mit sandstein und mit sandstein fallen mir super viele sachen ein wie man da bauen kann sandstein wasser und ein bisschen grün das schon an sich eine geile kombination sand ist generell ein geiler baublock aber zyren terracotta ja und gelber terracotta und was passt dann noch dazu es ich finde sehr schwierig lange rede kurzer sinn ich finde es extrem 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 schwierig und ich bin mittlerweile sogar an dem punkt dass ich sage ich weiß nicht wie ich das haupthaus hier bauen soll und das ist mein großes problem und auch das kraft tag jetzt noch circa weiß nicht fünf monate geht und dann ist schon zu ende aber es sind so viele geile neue andere projekte klimtopia leidet extrem und deswegen mache ich jetzt einfach folgendes das habe ich schon mal gemacht im letzten kraft tag ich habe es auch im vorletzten kraft ex schon gemacht in diesem kraft tag mache ich das ganze kraft 5 habe ich auch gemacht und in dem kraft tag mache ich das ganze in einem bisschen größeren scale wir machen daraus jetzt ein kleines community projekt ihr könnt jetzt hingehen und euch eine welt downloaden die ihr in der video beschreibung findet wenn ich es nicht vergessen habe hallo und und da gehen wir gleich noch hin die den grundplatz den wir für diesen tower haben markiert hat und ihr könnt da drin einen tower bauen ich habe in der welt auch eine ungefähre höhe vorgegeben das werdet ihr dann alles sehen ihr müsst euch nicht an dem tower orientieren den ich hier habe wenn doch ihr könnt den auch gerne nachbauen also ihr könnt hier aus dem video wenn ihr von oben guckt hier 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 haben wir die türme ein block ist ein block also ihr könnt es schon sehen wie das hier ungefähr aussieht ich werde nur grob vorgeben wie hoch die seiten teile hier sein müssen damit das lager platz hat und was anderes werde ich aber nicht vorgeben also eine haupt höhe ihr werdet ihr sehen wenn ihr die welt runterladet wir können auch gleich mal kurz darauf switchen aber so ganz 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 grob könnte man auf jeden fall sagen dass ich ein bisschen überfordert bin mit der ganzen sache wir es wünschen jetzt gleich mal ganz kurz in die welt rüber und danach sage ich euch was wir denn in der folge hier machen denn ich möchte natürlich trotzdem nicht unsinnig rumstehen in der heutigen folge bauen wir natürlich auch weiter aber da brauche ich eure hilfe ja ich bin wirklich verzweifelt ich brauche eure hilfe so das hier ist jetzt der grobe plan von dem gebäude das goldene symbolisiert einen zusammenhängenden teil von meiner base theoretisch also stellt euch vor dass die alle so miteinander verbunden sind einmal die sind exakt so hoch wie mein lager das heißt das gebäude was hier gebaut wird muss mindestens ja also ich hier kann kein block sein hier kann kein block sein den block kann ich auch nicht hinsetzen den block kann ich auch nicht hinsetzen geht alles nicht weil das hier alles schon voll mit lager ist hier kann ich einen box hinsetzen hier aber hier nicht weil ich hier ist mein beacon in der richtigen welt na also ich glaube ihr versteht was ich meine das rote ist die ist der umriss von dem gebäude wie es auch bei mir auf dem server beziehungsweise bei dem kraftech auf dem server der fall ist hier hätten wir halt noch hier diese schräge ihr wisst was ich meine hier wäre eigentlich noch die schräge da und das goldene repräsentiert quasi die höhe des lagers aber alles andere let's go ich bei uns gleich noch hier die höhe ein damit man ungefähr weiß wie hoch das ganze werden kann aber das könnt ihr euch jetzt runterladen und wenn ihr mir helfen wollt beim hauptgebäude dann könnt ihr das da ganz gerne tun aber jetzt geht es weiter und zwar hier und zwar bauen wir jetzt was was ich ich wollte hier nicht nur gucken ich wollte eigentlich hier lang fliegen wollen wir jetzt was bei dem ich jetzt nicht so ein struggle ab wie machen gebäude und zwar was was ich schon kenne was ich schon mal gemacht habe und zwar wir bauen eine kuppel ja heute fangen wir mit der kuppel an und damit alles klappt habe ich folgendes vor ich gehe auf ungefähr der höhe hier und baue ein ring der aus ja gelbem terracotta und gras besteht dann wobei hier das könnte actually auch gelbes terracotta sein weil da drüber kommt eh glas ich hinterfrage gerade live choice ich glaube wir machen hier tatsächlich woher machen wir da gelben terracotta hinweg da könnte man halt wirklich auch gut zieren terracotta unterbricht ich glaube wir machen da actually zieren terracotta hin oder sogar seelatern es würde glaube ich alles geil aussehen dass da gerade das problem ich glaube ich habe aber nicht genug seelatern nope von daher zieren terracotta ist rasen beziehungsweise gras also rasen an das fbi brauchen wir jetzt gerade hier dann doch nicht gut dann machen wir das mit abwechselnd hier mit und was jetzt machen will theoretisch und auch praktisch und auch wirklich ist im prinzip das hier und das hier ein zwei hohen dinger mit zieren terracotta hier an der seite und das einmal komplett außenrum und zwar in der timelapse bis zum nächsten Mal So, ich hoffe, euch hat die Teilneu ist gefallen. Wir haben schon noch ein bisschen mehr gemacht, als ursprünglich geplant. Ich habe sogar schon den Boden da reingezogen. Jetzt haben wir hier nicht nur eine Kuppel, also die Kuppel fehlt noch, aber wir haben hier schon eine sehr nice Fläche Gras und, also Rasen, ne? Und jetzt können wir hingehen und den restlichen Rasen, den ich gerade noch gefahren habe, mal hier reintun und dann ein bisschen Blackstone nehmen, denn die Kuppel fliegt aktuell noch in der Luft und das ist ja Quatsch. Also, das ist ja Quatsch. So, was wir jetzt machen, ist, wir gehen nämlich hin und bauen hier erstmal so Stelzen ab und zu hin. Ich weiß ja nicht genau, in welchem Abstand. Ich glaube, wir können das so machen, dann mit einem Dreierabstand vielleicht. Dann haben wir hier einen Dreier und können hier wieder einen Abstand machen, maybe, so. Das sieht irgendwie seltsam aus. Ich wollte ursprünglich hier so Kreuzverstrebungen auch noch einbauen. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll hier, um ehrlich zu sein. Ja, man könnte das halt irgendwie so in der Richtung machen, dass man sagt, man hat hier dann sowas. Ja, sowas in der Richtung. Ja, doch, das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus, so als Kreuzverschwebung. Und man muss ja bedenken, dass ich das hier eigentlich jetzt mal schon mal komplett wegreißen kann. Ja, das kann komplett weg. Ich meine, ich habe es ja oben sowieso nochmal abgebildet. Und dann können wir hier gucken, wie wir das hier machen. Auf jeden Fall soll das dann hier so hochgehen und hier dann wieder hochgehen. Und zwar so in der Art. Ja, müsste ich dann hier in der Mitte nicht auch noch so einen Balken haben? Doch, eigentlich müsste das dann so. So, und dann haben wir das hier oben. Und dann müsste das doch hier wieder runtergehen. Ich bin verwirrt. Ist das so korrekt? Ja, theoretisch. Und dann müsste das ja hier wieder... Boah, ich blick nicht mehr durch. Ich blick nicht mehr durch. So, maybe. Und dann geht das hier runter. Sind wir jetzt immer noch in der Mitte? Das ist doch gar... Ist das doch gar nicht die Mitte hiervon, oder? Doch, tatsächlich ist das genau die Mitte. Okay, das passt. Also es würde theoretisch... Alleine von der Mitte würde das noch passen. Hier haben wir einen, hier haben wir einen, hier haben wir einen. Und dann wäre der nächste hier. Okay, also es passt von der Theorie her. Ja, also von der Theorie her passt's. Wir müssen das einmal komplett außenrum bauen. Und dann mal schauen, wie das aussieht, wenn wir das einfach mal komplett außenrum bauen. Also mach ich das einfach mal. Und ich glaube, das können wir auch weiter in der Timelapse machen. Wir müssen jetzt mit der Timelapse hin לחieren. Ich hoffe, euch hat die TimeLabs gefallen. Ja, wir stehen hier in der noch nicht ganz fertigen Kuppel offensichtlich, aber der Boden ist fertig. Wir haben jetzt hier am Boden einen kompletten Sockel rund um die Kuppel. Hier kommt natürlich noch Deko hin, hier kommt ein Zaun hin, hier kommen Pflanzen und so hin. Ihr wisst, alles so ein bisschen überwuchert. Aber ich muss tatsächlich sagen, das finde ich sieht sehr, sehr, sehr cool aus, wenn wir das mal hier so angucken und irgendwie von hier aus fliegen. Dann haben wir hier, und stellt euch vor, hier noch der Glasdom. Es wird alles sehr, sehr wild aussehen. So, also, was haben wir jetzt noch zu tun? Wir müssen hier natürlich das ganze Glas noch reinsetzen. Und dafür brauche ich natürlich eine ganze Menge Glas. So, das ist jetzt das Glas, was ich gerade dabei habe. Das war's. Obwohl ist nämlich nicht so weit gekommen, aber damit können wir weitermachen in der nächsten Folge. Dann können wir ein bisschen Sand farmen, ein bisschen einschmelzen. Ich wollte eigentlich den Schnellofen fertig haben, bevor ich hier das ganze Glas setze. Aber obviously bin ich damit jetzt nicht fertig geworden. Vielleicht mache ich nur so ein paar Ebenen hoch. Vielleicht ziehe ich die auch komplett direkt hoch. Ich bin mir da noch gar nicht so ganz 100%ig sicher. Ich mache so, wie ich Bock habe. Und ja, für euch bleibt nur noch eine Sache zu tun. Ladet in der Videobeschreibung, ist ein Link. Ladet euch gerne die Welt für das Haupthaus runter. Und helft mir dabei. Baut gerne was Geiles, baut gerne was Cooles. Ich bin sehr gespannt. Ladet mir das irgendwie entweder auf Video auf YouTube wieder hoch. Oder schickt mir entsprechend die Minecraft-Welt drüber. Das Ganze könnt ihr auf meinem Discord machen. Discord.gg slash Klüm. Da kommt ihr dann drauf. Da gibt es extra einen Channel dafür. Ja, aber das war's dann erstmal. Der Channel heißt Ideen für Klüm. Und das war's aber jetzt erstmal. Damit es euch gefallen hat, lasst gerne den Namen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Crafts Deck wieder. Bis dahin. Und einen schönen Tag. Und ciao.